Wir sind jetzt in der Neustadt und wir können auch die Städte hier überfassen. So, das ist sehr, sehr einfach erklärt, was wir jetzt brauchen, ist die Circulpin-Anführerin. Du, wie heißt du? Das ist Ben Escher! Melissa, du bist schon berufen Punkerin, oder? Melissa, in welche Richtung geht der Circulpin? So oder so? Melissa ist Punkerin und sagt nach links. Und sie hört natürlich recht. Kommst du in die Mitte zu uns? Fuck yes, ich finde es mega aus den Gaben. So, Melissa, in die Ausgangsposition. Das hier ist der fucking Circle Pit. Ich will den ganzen Scheißplatz rennen sehen. Denn alles muss kaputt sein! you'll see! We need to be in die Mitte. We need to get going. We need to get to go! We need to be in die Mitte. We need to applaud to the demon BoyAN! Wir werden dämonstir, von erstern auf, von allen wir. Wir werden dämonstir, wir werden uns nicht spüren. Alles wird erfunden, wir werden alle, was zu mir. Wir werden dämonstir, wir werden dämonstir, wir werden dämonstir, was von mir. Wir werden dämonstir, was hier passiert. Wir werden dämonstir, wir werden dämonstir, wir werden dämonstir, Bis zum nächsten Mal.